Geh mal ins Kaffeehaus. Kaffee, auch ein Klassiker. Und im Kaffeehaus meiner Wahl regeln sich gewisse Dinge von selber. Man ist offen, man ist ehrlich und Missverständnisse werden spontan geklärt. In etwa so. Weil ich komme eine ins Lokal meiner Wahl, mit der Jackie an der Leine, mit am Beißkorb und am Schal. Ein gesachigter Herr, den ich zum ersten Mal versiege. So gut, ich kann verboten, schleicht die Osten mit dem Fuß. Ist so gut und ich nicht auch mit dem panierten Hirn, weil ich die lebt, du eben kreist, du auch ein Freund für den Mann. Ich hab kein Teures Graum, keine Bilder an der Wand, aber ich weiß, was ich gehört und ich weiß, was mich stört. Nämlich von einer wie du und einer wie ich. Kommt, der ist uns bestens, weil wo kommt man denn dahin? Ich mein Baby-Kaffee. Du bist Kaffee. Ist das nicht schön? Wir sind eure Kaffee. Kaffee! 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 Café, Café, Café